hallo und herzlich willkommen zurück zu mission gertrud genau das kennt Hose schon wenn ich winke wir haben gertrud eingepackt bei mir seht ihr es im momental bei den anderen nicht und wir sind bereit ja ich weiß nicht wohin aber wäre ja auch nicht so genau aber let's go also weiß nicht was wir machen dafür rechtsklicken ich glaube es leckt gerade ein bisschen ich kann nämlich nicht rechtsklicken ja interessant ja jetzt bin ich auch da ich bin ja jetzt alles voller gravel jetzt sind wir dann gelandet hier okay wieso habe ich einen zerbrochenen elevator in der tasche toll kohle hat habe ich da will copper habe ich ja auch ja ich kann kohle nicht abbauen hast du das für eine scheiße ich kann aluminium und kohle level ja nix anscheinend was ist es da und ja es ist da und kann man auch gebrauchen ja mein inventar ist jetzt vorsichtig abbauen hier fällt plötzlich irgendwas runter aber ja es gibt cave ins ne wo ist ein heuwein runtergefallen aus dem und da kann man runter erwarten wir hier aluminium einsammeln oder ist es auch haus level ne copper natürlich ich setze mal hier die kiste hin was mich ein bisschen irritiert ist dass wir gar keine mobs hier unten haben äh da kommt es aber auch da sieht ich den endermell haha what the fuck seid ihr oh cool die zerfallen ich bin gleich tot ja kein thema alles gut wir respawnen wahrscheinlich eh hier was hört mich hier warum oh jetzt ein unsichtbarer zombie was ja da ist die Zahl hinter dir thoughtless oh splatter du hast dich in einen zombie verwandelt wie geil ist das denn oh 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 shit haben wir unsere kiste wir haben unsere kiste weil zombie hats nicht ähm nicht nicht wie sagt man nicht und rotten flesh vielleicht auch nicht äh nicht im inventar behalten das ist schlecht für die sanity so ah ok ich guck mal kurz diese blume an während ich mein sandwich esse ne das klingt komisch ähm die air quality ist auch richtig shit hier unten ne den elevator den er ist jetzt aber nicht das ist nur also da kann ich jetzt nicht noch mal rechts klicken laufen und geht es weiter nach unten oder so äh ich glaube nicht ne ich glaube auch nicht weil wir könnten eventuell gertrude reinpacken ich weiß nicht ob wir das jetzt ich weiß nicht ob wir gertrud dann wieder mitbekommen ähm weil das safari nette single ist ok die deadleafs können wir als blöcke benutzen zum stacken oder sowas die funktionieren nicht wir sollten also ein äh äh versuchen einen oakbaum hier zu pflanzen oder so hier und vielleicht hier drüben oder so ähm da wo halt jetzt schon dort ist einfach damit wir die leaves um uns haben für die air quality aber wenigstens hat dort ist schon getestet dass wir sterben können und ist nicht schlimm pack mal meinen satchel tatsächlich weil sich hier rein weil da ist gerade nichts nützliches nicht schlimm nicht schlimm genau auch noch zu da brauchen wir nicht die dinger brauchen wir gerade nicht meine hatchet könnte ich eventuell brauchen was sagt denn das questbook jetzt übrigens ich muss rupiah und ich krieg den system naraxam wachsweather kann sich jeder holen und ein apfel woop apfel air quality oh leaves naraxas wachsweather ah feuer? wieso feuer? oh fucky fuck oh scheißenträger creeper creeper nein fuck alter was ist das für die welt ich will nicht mehr ja okay keine fackelt in die nähe von holz okay ich bin im käfig oder? na du kannst rausgehen das ist ja wie unser respawn das tut sehr komisch ausbauen wie es bocken äh wolle dein grab ist hier das sport skelette bitte abbauen also ich gehe davon aus es wird skelettes worden yeah okay ich hab einen schritt wieder ich mach erstmal das wichtigste fackeln crafting fenster ne fackeln sind ja doof eigentlich crafting fenster hier crafting table ach so auch ich hab ein auge tisch fenster wir müssen ja irgendwie ähm äh die anderen sachen frei äh äh packen ne warte mal wo hatte ich denn wirklich wenn man den torch finanziert und abbaut dann ist das plötzlich eine andere auch bitte warte warte dann lasst den den sapling woanders hinbauen der wird sonst wieder einfach nur abfackelt ja ja eben deswegen weiß ja nicht in welcher welchem umfeld die torch fackelt weiß ich leider auch nicht aber ich stelle die einfach mal hier komplett in bedacht sozusagen dafür hier bisschen heller verdammt was war noch die wegpunkte doch ich wollte mir nicht spitzhacke machen aus dein das ist das ist schön ja warte mal aber wie kommen wir denn an das nächste wenn wir keinen eisen abbauen können weiß ich nicht mit steine oder so wir haben steiner tinker tools oder 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 mit oder brauchen wir knochen von deutschland oder so weiter oh das könnte sein auch schon dann natürlich gucken rosa an warum habe ich hier so viele bücher die ich nicht brauche jetzt hast du mir gerade ach so die würdest du dir jetzt weg ich sammeln ich wollte nicht wegwerfen ich wollte hier einfach sorgt oder von kreuzhafen einsammeln damit können wir das wieder geben also das war das veterinary und das habe ich hier noch welt domination das habe ich schon habe ich ach so kann man aber hier wahrscheinlich oder das ist gerade da einfach gravel hinter dir runter gefallen oder ja ok meistens die mobster mit ich weiß es nicht will ich wissen ich auch nicht da oben versucht gerade ein zombie den weg zu uns zu fahren auch der feld bestimmt aber auch kacke über uns ist ja gar kein dach auch scheiße aber ja da ist der zombie schon guck mal der hat einen block in der hand ich glaube ich renne zu viel rotenfleisch können wir mit zwei von dem salz jeweils zu ähm ähm monster nee zombie jockey machen gleich praktisch irgendwann raus auch da hinten ist ein chance cube was oh nein oh gibt's ja auch offensichtlich ich ahne schlimmes oh alter da unten ist nether quads und noch ein chance cube und noch einer ich habe drei chance cubes gefunden und da unten ist ein zombie der hält einen tnt block ja warum ist hier so ein kaputter elevator ähm weil wir die alle im inventar hatten ja wie kannst du ähm abbauen und platzieren glaube ich ich glaube aber die leuchten von sich aus weil wenn man die fackel weg macht bleibt hier hell weißt du wir könnten die also als beleuchtung benutzen für den breich hier die hatte ich im inventar als wir hergekommen sind ja ich auch deswegen haben wir davon deiner ist wahrscheinlich aufgebaut das ist der der steht das kann sein das kann sein das kann sein das kannst du wissen das kannst du sagen das kannst du eigentlich erstmal was machst du wolle ich habe ein bisschen gravel eingesammelt um flint zu machen ah ok aber hier ziehen man kann ziehen oh ist das schön ja ich glaube es sieht so aus als könnten wir die tools hochleveln ja also ich bin jetzt zum bei skill bei 14 und 17 prozent aber ich glaube je mehr wir meinen damit desto mehr können wir das hochleveln also ne und dann kriegen wir halt irgendwann irgendwo etwas bringt oder halt auch nicht das werden wir dann sehen i guess ja oh kacke oh ne jungle spider willst du mich verarschen jungle auch noch oh was will sie denn ich bin eh schon gleich tot weil ich nichts essen habe guck mal in die kiste ach die die hier die die da ja 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 ich hab mir jetzt zombie jerky gemacht mal gucken wie lange das reicht was ist denn hier unten unsere essensquelle also außer Gertrud jetzt irgendwie müssen wir darauf hoffen dass wir ein paar bäume wachsen keine ahnung aber ich meine das räume kann man auch nicht essen ja scheiße so wieso feuer es ist ein griefer also er ist eben funktioniert was f7 funktioniert bringt uns leider nicht viel weil die von oben runterfallen ja 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 gut ja ok wart mal ich komme kurz ins quest.. das muss noch irgendwas grab your pantaloons oh mein gott es gibt cobblestone rüstung es gibt cobblestone rüstung Warte mal, ne, Parkbilder welchen brauch ich denn jetzt für? äh freunde ist hinter dir brennt burning coal hast du fackel daneben platziert ja hab ich die können wir abbauen was die burning ja kannst du da was von nö aber es geht aus ich verstehe gar nichts mehr das ist noch kein normales naja wir müssen auch die welt retten das hat ja dann nichts mehr mit normalen die rose funktioniert nicht ich höre wie die kohle da unten noch weiter brennt soll sie mal machen schon rosen kann ich daraus nicht oh mein gott hier ist irgendwas richtig übel explodiert gerade ich glaube da schon wieder irgendwo ein creeper sieht ich sehe hier irgendwas auf einem meeting das gefällt mir nicht oder sind die unter uns sind auch weil ich habe hier unten eben schon endermann gesehen und keine ahnung was auf jeden fall gibt es ja da ist ein ding das kontakt bleiben auf jeden fall gibt es hier unten pilze erz aber es bringt uns alles nichts wenn wir die nicht abbauen können also weil sie nicht ich bin dran ich bin dran ich versuche zumindest was aber jetzt haben wir ja die quest erledigt gammy worms gibt es dafür nice also bestimmt aber auch was entschuldigung man kann rock steinsuppe machen einfach kann steinsuppe machen so ich bin jetzt erstmal in stein gerüstet wo ich habe jetzt bock auf gummi bärchen ich hasse das spiel jetzt schon wegen den gummi worms zu mir gekriegt hat ein suppe 64 probelzauern wir kriegen bonemeal und berry bush berry gardens oder tropical gardens hatte das hatte das skelett eben gerade eine brille auf war das ja gibt es hier so sniper skelette und sowas nee das ist glaube ich ein die die ja sachen klauen boah wie kann man rock wirklich man kann sich essen machen was besser ist als die meisten sachen die wir haben mit einem kommstern und naja man ja neueste wissenschaftliche theorien haben herausgefunden dass kobblestone tatsächlich essbar ist und hatte was einfach das und dann packst du dazu und dann hast du eine schöne koppelsuppe mit seiner probieren hier koppelsuppe es war keine koppelsuppe heißt die steinbeißer oder was es gibt sogar eine koppelsuppe mit welchen geht mit speck schmeckt alles besser möchte nur nichts über den klugang wissen nach einer koppelsuppe geht auch nicht also das du kannst du kannst die quest einfach annehmen dann kriegst du sogar die mit bacon koppelsuppe suppe suppe ich versuche mal an der an der koppelsound quest und fang mal an hier wissen was zu grinden aber wir machen hier natürlich nur temporäre base weil wir müssen ja früher oder später tiefer zum kern um getrude dann runterzubringen die hat so lange zeit in dem punkt weiß ich was zu überlegen hat schon jemand flint gemacht alter hat hat er sich geteilt das auch ja also wir müssen irgendwas dagegen machen dass die kürzeler auf dem roter fall das erfolgt bei dach ist uns ja ich bin so und so ein war ja wohl von einem bei nein hüttel bauen oder sowas alter die steinsuppe gibt dir es lohnt ist ich glaub's ja nicht er hat jemand krebel gemacht er flint man ja das ist ja bis was in die kürze getan hier was nicht so laut gott wir haben blazes ich bin gleich tot nicht doch nicht anderthalb herzen ich bin tatsächlich doch dass die feuer sterben hier hier oben ich baue eine wand hin da können wir uns dahinter verstecken afk wand wo denn da die große wand ist alles ja also gertrud müssen wir unbedingt noch sagen wir werden mit der fkk wand die gertrud müssen wir erstmal absichern sonst wird das nix ja sagen wir die nicht beschützen können das bleibt sie im netz ja ist so wir können uns nicht mal selber beschützen jetzt gleich weg du erschreckst mich auch wir müssen so auf unsere kiste aufpassen ja und vorsicht wenn ihr am rand wenn ihr am rand was abbaut ich bin eben gerade fast runter gefallen und dann deswegen habe ich so geschrien okay da fallen dann plötzlich verbundene blöcke runter und so weiter aber gott sei dank haben die auf diese mission experten geschickt das wäre sonst echt nicht gut ausgegangen also ja ja eben ja eben also wenn sie nicht die schlausten geschickt hätten oh mein hier ist ein ball block ich habe also gerade einen knochen gefunden super excited über den knochen wegen baummehl und so ob steht wir werden langsam wahnsinnig werdet ihr auch langsam wahnsinnig was macht man noch mal dagegen wo es ist auch noch zu dein buch ja gut aber da muss noch was anderes noch geben ob man die er kohle team aber aber sanität ist erst einmal die pläten in darkness wenn du rand mobs habe gemoppt in ihr hotbar oder wie geteckt beim ob round light licht hilft auch fuck me das schon wieder zombies am start wie wie das flint okay okay also round light müsste das besser werden ich stelle mir jetzt mal hierhin warte wo ist der kreis weg da kommen noch mehr zombies ist ja mein gott gemein ist das denn naja weiter das ist aber jetzt geht direkt zwischen war kein job übrigens regenerieren wir eigentlich kein leben oder ist das einfach bei mir ich regiere jetzt gerade ganz langsam weil ich mich wieder voll gefuttert habe also wenn ich ja ich glaube ich ständige essensversorgung bekommen dann haben wir eigentlich ein problem glaube ich naja gut wir können einfach endlich auch sterben das jetzt auch nicht so tragisch aber ich möchte das ungern als als mittel zum zweck benutzen oder sowas dass wir oft sterben können das muss nicht sein soll passen jetzt gerade noch so zum folgen ende die letzten cold question nämlich all the foods back ich hab dich genau gehört du stück scheiße hier kannst du hier kannst du was explodieren zum explodieren bringen ist okay berry busch bergarten brennen weil da müssen wir dann alte foods da müssen wir dann jeder einnehmen ja was nimmst du aber ich höre schon wieder zombie was ist denn hier los junge warte ich noch kurz okay ich nehme den berry busch oh mein gott alter thought list du hast schon so viele quests gemacht ohne sie zu gemacht zu haben inventar slot anlocken wenn er wollte nimmst du den topik alles schön in die kiste packen und dann einfach ja ich bin auch immer dabei die ich habe mich hat den letzten letzten fest noch gar nicht angenommen und sagen jetzt hier auch gewollt block of iron was soll ich neben tropical ja okay das habe ich schon wieder keinen inventar frei gibt mir auch gerade so wie dumm die idee wäre zu den chance gibt es aber eine brücke zu bauen alter ich habe gerade 2000 kommstern bekommen äpfel stecken dich ach so roten ok patterns was haben wir denn hier gold ohr und karamell ice cream wir haben eben sie ja so ok also ich weiß nicht mit dem dem eisen überhaupt anfangen gar nichts oder sind gold ich habe eisen gekriegt ach so ja tun also block of iron get to the copper ist die quest ja so heißt die quest get to the copper ok pass mal auf die patterns quest was sollen wir da nehmen das gold ohr oder karamell ice cream ich weiß es nicht genau so weil ich nehme das gold ohr fertig war schon bei dem anderen nehme ich das sword blade pattern ja komm dem nehmen wir das gold und du nimmst hat blöd ok dann nehme ich nix aber und ich habe noch einen war weg alter spon silber fischen sein you mad braw rotten food rotten flash on the trash can back this report ich mach uns hier mal irgendwie eine hütte oder sowas das ist ja 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 mach das mal rotten food kann man tatsächlich weil sie essen holy shit auch fuck ich höre schon wieder irgendwo war es wird sowas ja ich werde ja immer nur wahnsinnig stück kohle oder sowas in der erde irgendwie am abfackeln ist wir sollten eventuell eine zweite kiste oder sowas machen ich bin schon dabei okay das machen wir aber in der nächsten folge denn diese folge ist neigt sich dem ende nicht wahr dann alles voll schade ja ich sammle gerade hier noch die letzten quests ein ja das heißt ich bin mal so frei und sagt vielen dank fürs zuschauen wir sind ja vielen dank fürs zuschauen und sehen uns dann in der nächsten folge in der nächsten folge was macht es dann tschüss